wenn ihr mich nicht verarscht hier und die medien benutzt um mir ein streich zu spielen dann ist das eine ernste sache mit dem corona scheiß weil das ist eine scheiß ernste sache wir werden alle sterben ohne scheiß die töten uns hier alle weil hier zu viele aufgeschrien haben wegen 5g wahrscheinlich wir sind dahinter gekommen jetzt töten die uns mit irgendwelchen viren gibt euch in einer woche in einer woche ist das global kommt komplett global jedes land jedes jedes einzelne von japan usa frankreich hier deutschland jetzt potsdam verdachtsfall das ist eine das ist eine katastrophe also das alles nur weil ich keine revolution gebracht ernsthaft man 15 jahre habe ich mir den arsch aufgerissen für gar nichts danke also